4 Sternzeichen, die im Jahr 2025 unglaublich viel Glück haben werden. Einige Sternzeichen werden im Jahr 2025 mehr Glück haben als andere, sie werden bei all ihren Unternehmungen von Glück und Wohlstand begleitet sein. Wer hat Glück in der Liebe, Erfolg im Beruf, gute Gesundheit und Erfolg im Geschäft? Wie die Sterne vorhersagen, werden es die 4 Tierkreiszeichen sein. Wenn Sie sich mit den hier vorgestellten Informationen vertraut gemacht haben, werden Sie wissen, wie die Dinge für Sie in der einen oder anderen Richtung des Lebens verlaufen werden. Und vielleicht bekommen Sie auch Antworten auf einige der Fragen, die Sie noch haben. Stier, erstaunliche Möglichkeiten, Lösung karmischer Herausforderungen. Im Jahr 2025 werden viele positive astrologische Energien auf den Stier gerichtet sein. In manchen Perioden des Jahres werden sie so stark sein, dass andere, weniger freundliche, planetarische Einflüsse überhaupt nicht zu spüren sein werden. Man kann mit Sicherheit sagen, dass das Potenzial, das den Menschen dieses Zeichens zur Verfügung stehen wird, beispiellos ist. Und diejenigen Stiere, die in der Lage sind, es ausreichend zu entfalten, werden in der Lage sein, ihr Leben radikal zum Besseren zu verändern. Sie werden mächtige Botschaften von Jupiter erhalten. Und diese Energie wird weitgehend mit der Lösung von karmischen Problemen verbunden sein. Deshalb ist die positive Färbung der Botschaften dieses Planeten besonders wichtig. Im Grunde genommen wird der Stier in der Lage sein, sie in die richtige Richtung zu lenken, sodass sie sich keine Sorgen machen sollten. Allerdings sollte auch nicht zu viel Leichtsinn an den Tag gelegt werden. Saturn wird ihnen helfen, ihre intuitiven Fähigkeiten zu entfalten. Und deshalb ist es für Stiere wünschenswert, genauer auf die Hinweise ihrer eigenen inneren Stimme zu hören. Gut ausgedrückt wird sich dem Stier im beruflichen Bereich ein klares Potenzial an Möglichkeiten eröffnen. Vor allem der Einfluss von Uranus in ihrer Konstellation wird dazu beitragen. Natürlich wird jeder von ihnen dies auf seine eigene Weise erleben. Stiere, die zum Beispiel ihr eigenes Geschäftsprojekt umsetzen, werden Möglichkeiten sehen, ihr Geschäft voranzubringen, oder besser gesagt, zu erweitern. Und diejenigen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, werden sicherlich eine Chance auf eine Beförderung bekommen. Tja, und so weiter. Wichtig ist in diesem Fall, dass dem Stier fast das ganze Jahr über ein positives Potenzial zur Verfügung stehen wird. Ausnahmen von dieser Regel sind verschwindend gering und verdienen es nicht einmal, erwähnt zu werden. Im persönlichen Leben wird sich die Situation in den meisten Stieren im Aufwärtstrend entwickeln. Von einigen unbedeutenden und episodischen Problemen in den ersten Wochen des Jahres werden sie recht schnell zu einer positiven Dynamik aller Prozesse übergehen, die in ihrem Leben an der persönlichen Front stattfinden. In diesem Fall, alleinstehende Stiere, die es bereits geschafft haben, ihre Liebe zu finden, ist es wünschenswert, sich auf die Bereitschaft zu Kompromissen einzustellen. Und Single auf die Notwendigkeit, sich ständig in Form zu halten. Familievertreter dieses Zeichens sollten sich in Bezug auf die Eifersucht zu kontrollieren, denn es ist dieses Gefühl, offenbar, kann eine Quelle für einige Probleme in ihrer Beziehung mit ihren Ehepartnern sein. Unter anderem können Stiere mit einem Anstieg ihres Einkommens rechnen. Und auch wenn nicht alle von ihnen in der Lage, es klug zu verwalten, ist das Gesamtbild der finanziellen Wohlstand für sie vorhergesagt werden, um recht optimistisch sein. Löwe Viele bedeutende Ereignisse, Lebensharmonie Der Löwe im Jahr 2025 wird eine Menge heller Ereignisse haben. Und für viele von ihnen werden diese Ereignisse nicht nur interessant, sondern bedeutsam oder sogar entscheidend sein. Die Menschen dieses Zeichens werden von der Energie des Saturns profitieren, dank derer sie auch aus negativen Situationen und Umständen Nutzen ziehen können. Merkur wird die Löwen beeinflussen, ihr persönliches Potenzial zu verwirklichen, und zur Zeit der Sonnenfinsternis können sie mit besonders bedeutenden Veränderungen in ihrem Leben rechnen. Im Jahr 2025 werden sich Löwen meist nicht über Geldmangel beklagen müssen. Natürlich werden wir nicht sagen, dass das Bild in diesem Sinne perfekt für sie sein wird. Denn es wäre voreingenommen, weil die Momente, in denen sie eine Art von finanziellen Schwierigkeiten erleben können, mehrmals im Laufe des Jahres auftreten können. Die Befürchtung, dass diese Schwierigkeiten für die Lions zu problematisch sein könnten, ist es jedoch nicht wert. Sie sind in der Lage, mit allen Schwierigkeiten fertig zu werden. Und viele Vertreter dieses Zeichens schaffen es sogar, etwas zu sparen. Im beruflichen Bereich müssen sich Löwen darauf einstellen, dass die Umstände sie oft genug dazu zwingen können, sich ernsthaft auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren und Aktivität und Initiative zu zeigen. Diejenigen, die sich nicht von der Faulheit leiten lassen und sich zwingen, sich anzustrengen, haben eine ausgezeichnete Chance, mit schnellen Schritten voranzukommen und Karriere zu machen, wie man sagt. Unabhängig davon ist das ausgezeichnete Gesundheitspotenzial zu erwähnen, dank dem die meisten Löwen das Jahr ohne große Sorgen um ihr Wohlbefinden erleben können. Dies wird vor allem durch Saturn begünstigt. Aber auch andere Planeteneinflüsse, insbesondere der Mars, sind von Bedeutung. Und den Löwen wird es eigentlich genügen, auf völligen Leichtsinn zu verzichten und sich nicht zu oft auf die Probe zu stellen, um diese Zeit mit viel Elan und positiver Lebenseinstellung zu lieben. Auf die Lions wartet viel Neues in ihrem persönlichen Leben. Manchmal werden sich die Ereignisse sogar dynamischer entwickeln, als sie es sich wünschen. Da sich aber die aktiven Phasen der Beziehungen zum anderen Geschlecht immer wieder mit ruhigen Momenten abwechseln werden, dürften die Löwen im Allgemeinen recht zufrieden sein. Skorpion, persönliches Wachstum, große Chancen. Im Jahr 2025 sind die meisten astrologischen Einflüsse, die sich an Skorpione richten, ausschließlich positiv gefärbt. In erster Linie ist hier Saturn zu nennen. Die Energien dieses Planeten werden das ganze Jahr über eine schützende Wirkung auf die Skorpione ausüben, so als ob sie ihnen in schwierigen Lebenssituationen beistehen würden. Darüber hinaus wird einer der wichtigsten Einflüsse auf ihre Konstellation von Jupiter ausgehen, der sicherlich dazu beitragen wird, die Entwicklung der Kreativität bei den Menschen dieses Zeichens zu fördern. Außerdem müssen wir hier natürlich die Energie von Mars und Jupiter gesondert betrachten. Diese Planeten, jeder auf seine Weise, werden den Skorpionen in Situationen helfen, in denen man schnell und selbstbewusst, aber gleichzeitig umsichtig und kenntnisreich handeln muss. Merkur sollte besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Mit seiner Hilfe wird die Fähigkeit der Skorpione verbessert, kritisch und doch betont objektiv, zu denken, um den Eindruck zu erwecken, dass sie in der Lage sind, schwierige Situationen perfekt zu meistern. Dadurch können sie ihre persönliche Glaubwürdigkeit in den Augen anderer spürbar erhöhen. Im Jahr 2025 eröffnen sich für die Skorpione im beruflichen Bereich bedeutende Möglichkeiten. In dieser Hinsicht werden sie viel erreichen können. Das gilt besonders für diejenigen, die heute nur ihre eigene berufliche Verwirklichung planen. Diese Skorpione bekommen die Chance, nicht nur einen passenden Job für sich zu finden, sondern eine Tätigkeit, die sie später als ihre Berufung ansehen werden. Durchaus keine schlechten Aussichten für Vertreter dieses Zeichens, ein finanzielles Jahr zu gestalten. Die meisten von ihnen werden nicht nur nicht in ihrem Einkommen sinken, sondern können sie sogar erhöhen. Die Hauptsache, Skorpione sollten versuchen, nicht zu verbringen Geld, wie sie sagen, rechts und links, und ihre Ausgaben vernünftig und rationell zu behandeln. Immerhin sollte daran erinnert werden, dass vorkommen kann und mehr schwere Zeiten. Und dann werden die überschüssigen Mittel in sehr nützlich kommen. In seinem persönlichen Leben, Skorpione können einige Reibungen mit ihren Partnern haben und einzelne Vertreter dieses Zeichens mit dem anderen Geschlecht im Allgemeinen. Die Ursache der Reibung kann vor allem auf die Entdeckung neuer Merkmale der Natur der Partner, die entweder Verwirrung oder einige Irritationen und andere verursachen wird. Solche Probleme werden jedoch keineswegs dominant und treten nur sporadisch auf. Und darüber hinaus, angenehme Momente in jedem Fall im persönlichen Leben der Skorpione wird viel mehr sein. Das Potenzial ihrer Gesundheit wird hoch genug eingeschätzt. Im Jahr 2025 werden Skorpione meist eine gute Immunität und eine ausgezeichnete psychische Stabilität aufweisen. Sie werden es schaffen, fast allen Irritationen des normalen Wohlbefindens zu widerstehen. Und so kann man durchaus sagen, dass zumindest einige Skorpione das nächste Jahr ohne jegliche gesundheitliche Probleme überstehen werden. Wassermänner im Jahr 2025 können mit starken positiven astrologischen Einflüssen rechnen, die ihnen eine breite Palette von günstigen Gelegenheiten bieten werden. In erster Linie geht es um die erfolgreiche Bewältigung langfristiger Lebensaufgaben, bei deren Lösung Wassermänner auf dem Weg zu den selbst gesteckten Zielen weit vorankommen können, sowie um die Bildung einer soliden Grundlage für ihren Lebensunterhalt in allen Bedeutungen dieses Begriffs. Dazu gehört natürlich auch das Knüpfen neuer Kontakte und das Loslassen von bereits nutzlos geborenem Ballast. Wassermänner können in ihrem persönlichen Leben mit einem nahezu vollständigen Wohlbefinden rechnen. Fast jeder von ihnen wird hier das bekommen, was für ihn optimal und wirklich angenehm ist. In der Tat ist es die Familie, die für Vertreter dieses Zeichens der Hafen sein wird, in dem sie sich sicher vor den Schwierigkeiten des Lebens verstecken und in Momenten der Müdigkeit ausruhen können. Gar nicht mal so schlecht wird die Situation im Wassermann im finanziellen Bereich sowie in Karriereangelegenheiten sein. Im ersten Fall können sie auf eine spürbare Verbesserung hoffen, die sich insbesondere in der Erschließung zusätzlicher Einkommensquellen äußern wird. Im zweiten Fall auf das Auftauchen neuer interessanter Perspektiven. Eine andere Frage ist, wie kompetent die Wassermänner in der Lage sein werden, aus all dem Nutzen zu ziehen. Daran besteht kein volles Vertrauen. Aber auf jeden Fall können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass sie auf jeden Fall mit der Situation zufrieden sein werden. Und das Maß ihrer eigenen Rücksichtnahme und Weitsichtigkeit werden sie später, schon im nächsten Jahreszyklus, beurteilen können. Das Thema Gesundheit wird für viele Wassermänner eine neue Dringlichkeit bekommen. Vor allem, weil sie kaum erwarten sollten, dass ihr Körper, wie ein Uhrwerk, funktioniert. Störungen in der Funktion bestimmter Organe oder Systeme sind bei ihnen möglich. Allerdings sollten die Risiken solcher Probleme nicht übertrieben werden. Die meisten von ihnen werden sich als normal und durchaus überwindbar erweisen. Es ist jedoch wichtig, die Symptome von Krankheiten, die trivial und unbedeutend erscheinen, nicht zu ignorieren. Alle Anzeichen von Krankheit sollten mit Sorgfalt und Besorgnis behandelt werden. Aber gleichzeitig ohne Druck und Aufregung. Nun, am günstigsten für das Wohlbefinden werden diejenigen Wassermänner sein, die sich anstrengen, um ihr eigenes Nervensystem zu retten. Ihre Chancen, eine normale Gesundheit zu bewahren, werden viel höher sein als die derjenigen, die ihre Nerven unvorsichtig und nachlässig behandeln.